Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei ORF 3 aktuell. Jetzt wird's ernst für Sebastian Kurz und die gesamte Bundesregierung. Im Nationalrat haben SPÖ und Liste jetzt Anträge eingebracht, mit denen der Regierung bzw. dem Bundeskanzler das Misstrauen ausgesprochen wird. Und nach allem, was man bis jetzt gehört hat, wird zumindest einer dieser Anträge eine Mehrheit getragen von SPÖ und FPÖ finden. Um 13 Uhr geht's los im Parlament. Wir schalten dann sofort hinüber.